Grüß Gott, Peter Kuhn von Bildungsbetrieb.de. Ich möchte Sie einladen zu unserem Seminar Pressearbeit für die Bildungsbranche am 22. Mai von 10 bis 17 Uhr in Randersacker bei Würzburg in dem schönen Gasthof Beeren. An diesem Tag wird uns Frau Daniela Furkel begleiten. Frau Furkel ist Chefreporterin des Personalmagazins in Freiburg. Frau Furkel wird uns Erfahrungen mit der Branche zeigen. Frau Furkel wird uns zeigen, wie man mit Journalisten ideal zusammenarbeitet. Sie wird aus eigener Erfahrung berichten, was bei ihr gut ankommt und was sie vielleicht eher nervt. Und Frau Furkel wird uns zeigen, was wir uns Beispiele mitbringen, was für sie ein guter Pressetext ist und was ein weniger guter. Ich selbst werde Ihnen zeigen, wie man einen guten Presseverteiler aufbaut. Ich werde Ihnen zeigen, wie man eine schöne Pressemitteilung verfasst, wie eine gute Pressemappe auszusehen hat und werde Ihnen auch viele Tipps zum Texten und Themen für die Bildungsbranche mitgeben. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich anmelden. Und Sie sehen, wie das протext